OMEGON Der OMEGON Newton Reflektor 150750 EQ4 ist das ideale Teleskop für den gehobenen Einstieg in die Astrofotografie. Die gute Optik und eine stabile Montierung mit Polsucherfernrohr zeichnen dieses Gerät aus. Kugelsternhaufen wie M13 oder M92 werden bis ins Zentrum hinein aufgelöst. Viele Galaxien können beobachtet werden. Gasnebel wie der OMEGON oder der Orionnebel zeigen erste Filamente. Sie können die Wolkenbänder auf Jupiter sehen und verfolgen, wie sich der große rote Fleck über den Planeten bewegt. Auch Schattenwürfe der großen Monde auf Jupiter sind bereits sichtbar. Ebenso können sie mit der Astrofotografie starten und erste Mondfotos aufnehmen. Das schnelle Öffnungsverhältnis von 1 zu 5 macht es zu einem lichtstarken Teleskop, welches bereits viele Details zeigen kann. Der Tubus ist mit 66 cm Länge sehr kompakt, wobei durch 150 mm Öffnung das Lichtsammelvermögen des menschlichen Auges um das 600-fache übertroffen wird. Vistageschrauben für Funk und Hauptspiegel sind bereits vorhanden. Der 1,25 Zoll Okularauszug mit großem Fokusbereich kann alle Standardokulare aufnehmen. Über einen Zahnstangentrieb können sie mittels des Fokusrades die Schärfe feinfühlig einstellen. Ein optisches 6x30 Sucherfernrohr ermöglicht das schnelle und einfache Auffinden der gewünschten Objekte am Sternenhimmel. Im Lieferumfang enthalten sind ein 25 mm Plössl Okular zur 30-fachen Vergrösserung, ein 6,5 mm Plössl Okular zur 115-fachen Vergrösserung sowie eine 2-fach Barlow-Linse zur Verdoppelung der Okularvergrösserung. Die parallaktische Montierung EQ4 bietet die Möglichkeit, Optiken exakt auf den Polarstern auszurichten. Es kann für jeden Beobachtungsort die richtige Polhöhe bzw. geografische Breite eingestellt werden. Durch das integrierte Polsucherfernrohr und einen stabil ausgeführten Polblock ist der Einstieg in die Astrofotografie eine Kleinigkeit. Suchen Sie nicht nur den Polarstern auf, sondern finden Sie innerhalb weniger Minuten den für uns unsichtbaren Himmelsnordpol. Mit Feinbewegungen in der Rektastensions- und Deklinationsachse lassen sich Objekte feinfühlig einstellen, verfolgen und im Gesichtsfeld behalten. Ein Gegengewicht sorgt hierbei für die genaue Austarierung der Optik. Das Aluminium-Dreibeinstativ ist in der Höhe verstellbar und eine Ablagefläche bietet Platz für Okulare sowie anderes Zubehör. Das Aluminium-Dreibeinstativ ist in der Höhe verstellbar. Das Aluminium-Dreibeinstativ ist in der Höhe verstellbar. Das Aluminium-D reindeer antes vom Welir best Ihr noch immer weiter Ziel und das Aluminium-Dreibeinstativ ist in der Höhe verstellbar. Die Abläufe Edgar ist in der Höhe verstellbar. was mit einerropyanic